Musik Wow, Freunde, willkommen bei Slender. Das neue Horrorspiel aus den USA, oder Horrorspiel, ja, kann man so sagen. Das ist echt abartig, das Spiel. Und ich habe mir extra Windel angezogen. Ich bin echt gespannt, was mich erwartet, Leute. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber so wie ich es gesehen habe in den Videos, dass es ziemlich heftig sein soll, aber Freunde, let's do it is bitch. Wir sind in dem Wald. Ganz allein natürlich nicht gelassen. Oh, ich bin echt, oh Leute, ich bin echt gespannt, was ich erwartet. Alter, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Vor allem wäre es so krank und läuft noch nachts im Wald. Alleine auch noch dazu. Komm, wir sind mal ganz hardcore. Nee, oh. Oh je. Ich sehe von lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Oh, ich habe echt einen Schiss in der Hose, ey. Oh, oh, ich dachte gerade schon. Huh. Das ist der Baum. Ich habe Schiss von dem Baum. Boah, das ist schon dreist, ey. Sieht irgendwie alles gleich aus. Der Boden auch noch, der ist perfekt. Kennt ihr den Film Blair Witch? Wo die Studenten dann einen Film drehen wollen und dann in dem Wald quasi dann ausgesetzt, er sich quasi ausgesetzt hier fühlen. Und dann von Symbolen und so verfolgt werden. Echsen zum Beispiel und so. Das ist natürlich auch krass. Das kommt mir gerade genauso vor. Boah. Da geht nicht irgendwas. Alter, was geht hier los, ey? Tut die Hand schon weh? Boah. Okay, ich sehe den Himmel wieder. Gut. Kann ich auch rennen? Oh je, jetzt wird es spannend, ey. Wurfelt mich die Reise hin. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo es irgendwie hier lang geht, ey. Das sage ich dir aber. Boah. Boah, ist das dreist, ey. Ist das übel? Nein. Mach an. Idiot. Die Geräusche sind natürlich auch noch dazu. Okay, das ist ein Baum. Lecker, ey. Okay, was passiert jetzt? Ich glaube, jetzt bin ich total tief im Wald drin. Da ist er. Ne. Was ist das? Mond. Ah, das ist das. Warte mal. Boah, Alter, bin ich gerade. Boah, ne. Was mache ich jetzt? Da ist ein Häuschen. Genau wie bei Blair Witch, ey. Ohne Scheiß, Mann. Zu verlassen ist das Haus. Wo, noch die Blair Witch noch nicht hier? Äh, Blair Bitch. Was erwartet mich hier? Oh Gott, ey. Da liegt doch... Nein, oder? Okay. Anscheinend, das sieht verlassen aus. Boah, Alter, das ist schon heftig. 1, 9, 4. Okay. Oh, ist das dunkel, ey. Oh nein. Oh, ist das krass, Mann. Ah. Oh, fuck. Wir haben Eier und gehen einfach mal weiter. Boah, stell euch mal vor, Freunde. Ganz alleine in einem Wald. Ohne Sicht, dass euch jemand helfen könnte. Dazu kaum noch Strom in der Batterie. Oder Strom, ja. Sagen wir mal, ähm, andere... Äh. Noch kaum, ähm, Batterie in der Lampe. Und ihr seid ganz alleine, Freunde. Und euch hilft keiner. Keiner! Oh Mann, was geht dir ab, ey? Hä, da war ich doch... Boah, Alter. Ne, da war ich doch... Hä, da war ich doch halt eben schon. Warte, bin ich jetzt dumm. Ne, ich bin dumm. Ich bin hintrangelaufen. Freunde, was passiert jetzt? Freunde? Boah, ich hab ihn gesehen. Boah. Fuck. Boah, was war das jetzt? Bin ich jetzt doof? Ja, ich muss acht Dinge hier finden. Ist mir auch klar. Blicke. Ich... 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 Ich vermute mal, ich war zu langsam. Ich bin doch eine lahme Sau. Ich bin ein Angsthase. Eine Pussy, Mann. Hoch 10. Weil ich es nicht mag, wenn es dunkel ist. So, Freunde. Ich bin... Und... und